Herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder euer Jesse. So sieht das Gesicht aus für die, die es vielleicht noch nicht kennen, die den Stream noch nicht gefunden haben und so sehe ich auch aus, wenn ich die Ansagen mache zu über 1000 YouTube Videos. Es gibt eine Neuerung und zwar seht ihr das Ganze schon im Hintergrund und was gibt es hier? Path of XL kommt in der deutschen Version. Ich lasse das mal kurz wirken für alle, die vielleicht nicht wissen, was das Ganze ist. Ihr könnt es gratis spielen, es gibt in unterschiedlichen Sprachen, es gibt schon sehr lange, aber mit dem nächsten Patch kommt eine deutsche Version und das ist auch gleich direkt der Startschuss für mich, der Startschuss für uns und natürlich für die Community hier mal einen Blick rein zu werfen, was denn das überhaupt ist. Ich werde euch einen Link reinstellen, da könnt ihr euch das mal runterladen, der Patch kommt nächste Woche oder übernächste, die sind ja nie so ganz genau mit dem Datum, aber mal ungefähr nächste Woche, wie ihr seht, ich weiß schon nicht, ob ich oben reinschauen soll oder unten ins Spiel. Ich entscheide mich mal für unten und hier im Hintergrund, es gibt jede Menge Klassen, es gibt glaube ich sechs Klassen, ja, zählen wir es mal ab, es dürften glaube ich sechs Klassen sein, sieht schon ganz gut aus und von daher haben wir natürlich jede Menge zu erkunden. Für mich, ich habe erst ein paar Stündchen gespielt, ein paar Stündchen sind ungefähr 100 und da habe ich bis jetzt immer nur diesen Marauder gespielt, also warten wir jetzt mal ab. Ich bin mal gespannt, wie sich die anderen Klassen zu geben, für alle, die jetzt schon panisch sind, was ist mit Diablo, was ist mit Diablo, es wird auch weiterhin Diablo Videos geben, es wird auch weiterhin Diablo das Main Spiel bleiben, aber um fair zu sein, muss man auch mal anderen Spielen eine Chance geben und Pass of Excel, es ist wie Diablo früher war, darf man das überhaupt sagen, ich sage es einfach, wie Diablo früher war, ein richtig gutes Farm Game und dem solltet ihr definitiv eine Chance geben. Ja, da haben wir genug geladen, aber switchen wir vielleicht direkt mal rein, damit ihr seht, wie denn das Ganze aussieht, es ist vom Aufbau her natürlich sehr, sehr anders wie Diablo, also welche Leute jetzt hier einfach einen Klon erwarten, das ist es definitiv nicht. Ihr seht schon die Auflistung der Items und auch die ganzen Stats, auf die man so Zugriff hat, das sieht natürlich gleich mal ein bisschen anders aus, es gibt auch viel, viel mehr Informationen hier und natürlich mein absoluter Favorite, wird der absolute Knaller, da solltet ihr euch jetzt hinsetzen, denn sonst wird es vielleicht ein bisschen kritisch und zwar, wenn man mal auf den Skillbaum geht. Der Skillbaum ist natürlich in seinem Umfang etwas anders als bei Diablo gestaltet, etwas anders bedeutet, es ist ein bisschen umfangreicher, wir zoomen hier mal ein bisschen raus, damit wir sehen, okay, wir waren nur in einem Teilbereich, also es gibt hier mehr oder weniger alle Skills natürlich auf einen Blick und deswegen wird man hier bei den Guides auch garantiert ein bisschen genauer darauf eingehen müssen und auch einen etwas tieferen Blick reinwerfen, aber macht euch da keine Sorgen, das Ganze ist definitiv spielbar, es gibt immer wieder Wege, was ihr hier skillen solltet, in welche Richtung ihr euch entwickeln solltet und dann ist das auch nur die halbe Hexerei. Aber es ist natürlich etwas, was zu Beginn gleich mal ein bisschen abschreckend wirkt, ansonsten haben wir so ein normales Inventar, dort hauen wir einfach unsere Items rein, ihr seht, die Items haben Sockel, auf die Sockel sind dann diverse Skills gebunden, aber das ist wieder mal ein Thema für etwas ganz was anderes, es wird sicherlich so den ein oder anderen so ein Einführungsvideo geben, um hier wirklich mal einen ganz leichten Schritt rein zu machen. Was ich vorhin schon gesagt habe, das Spiel ist kostenlos, deswegen, ihr könnt es euch runterladen und einfach mal anschauen, das Spiel finanziert sich über diverse kosmetische Sachen, da gibt es so eine Art In-Game-Shop, dort könnt ihr so Border-Bags kaufen und natürlich andere Sachen, welche jetzt auf das Spiel selbst nicht direkt einen Einfluss haben, aber es sieht halt einfach viel cooler aus und wenn ihr euch jetzt fragt, Jetsi, hast du dir schon da irgendwelche Flügel und so gekauft? Nein, jein, vielleicht, wer weiß es, das bleibt mein kleines Geheimnis, es gibt auch immer wieder Aktionen, wo ihr Sachen, zum Beispiel, wenn ihr das Ganze mit eurem Twitch-Account verbindet, gibt es immer wieder mal ein paar kleine optische Gimmicks, aber wir schweifen vom Thema ab, also alles in allem wird hier das ein oder andere Pass-of-XL-Video kommen und jetzt ist eure Meinung gefragt, also jetzt könnt ihr direkt noch darauf Einfluss nehmen, welche Klassen würdet ihr denn gern zuerst sehen oder was für die, die POE schon gespielt haben, wäre eurer Meinung ganz, ganz wichtig, wo muss man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen und das war es jetzt schon, Freunde, lasst mir noch ein Like da auf der linken Seite unserer Facebook-Seite, schaut da mal auf jeden Fall vorbei, da gibt es noch ein paar ganz gute Infos und jetzt wie immer, viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.